Liebe Freunde der kleinen Eisenbahn, ich bedanke mich, dass ihr wieder hier reinschaut in Schön Silvia. Heute gibt es Teil 2 vom Fahrtag. Der Fahrtag war am 5. Oktober 2019. Da haben mich meine zwei Freunde besucht, Jörg und Heiko. Die haben ihre Schätze mitgebracht und im Teil 1 hatten wir euch ja gezeigt die Dampfloks, die die beiden mitgebracht haben. Und heute in Teil 2 möchten wir euch gerne zeigen die E-Loks und die Diesel-Loks, die die beiden haben, die sie mitgebracht haben. Sie haben natürlich viel mehr in Opoche 3, 4, aber die drei oder vier Schätze, die sie mitgebracht haben, die zeigen wir euch hier in diesem Video. Wir wünschen euch viel Spaß. Wir hatten viel Spaß an dem Abend. Und ja, wenn es euch gefallen hat, dieses Video, dann vergesst nicht mich zu abonnieren oder mir ein Like zu geben. Ich freue mich immer riesig darüber und ich wünsche euch bis zum nächsten Video viel Spaß und bleibt gesund. Tschüss, euer Emma 73. Tschüss, euer Emma 73. Tschüss, euer Emma 74. Tschüss, euer Emma 74. Tschüss, ichuuer Emma 74. Tンボ Damit. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.